Was wählen sie so? AfD und Zweitstimme NPD. Also heißt die NS-Zeit finden sie auch gut? Sowieso. Sie finden Hitler und so? Finden sie Dufte? Wunderbar. Der hat vieles, was meiner Meinung nach heutzutage fehlt, hat der damals gemacht. Und zwar wünsche ich mir gerne wieder Arbeitslager zurück, wo man solche Leute, auch das deutsche Volk, was nicht arbeiten gehen will und sich nur auf Staatskosten ausruht, dass man die dorthin steckt, damit die mal lernen, was arbeiten heißt. Was der Mann im Blaumann sagt, muss hier dringend eingeordnet werden. Arbeitslager waren zur NS-Zeit nichts weiter als Konzentrationslager, in denen millionenfach unschuldige Menschen auf und vor allem durch Arbeit vorsätzlich umgebracht wurden.